So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Ich muss mich jetzt ganz schnell beeilen, dass ich bis 15 Uhr noch schnell dieses Ausbeute-Video draußen habe, obwohl die richtige Ausbeute jetzt erst im Video gemacht wird. Dat hier ist der Sören, den kennt ihr vielleicht, unser Halloween-Maskottchen. Warum der Sören heißt, habt ihr vielleicht mitgekriegt. Wir machen den mal an. Guck, guck, wie gruselig der ist. Oh mein Gott, den stellen wir jetzt wieder hinten hin. Da hinten sieht er nämlich einfach keiner. Na, geht total unter. Heute mal ein schwarzes T-Shirt, wegen dem schwarzen Darkrai, wegen Halloween, wegen der Stimmung, wegen allem. Döner mit allem. Das ist richtig cool. Heute war am Samstag 14 bis 17 Uhr oder ist jetzt gerade noch oder läuft der Makabaya-Forschungstag, wo ihr wieder Stops dreht, eine Feldforschung bekommt. Beim Abschluss der Feldforschung kommt aus dieser Feldforschung ein Makabaya oder Gala Makabaya mit erhöhter Shiny-Chance. Für mich ist dieses Pokémon total nutzlos. Ich brauche das nicht. Hunderter egal, Shiny egal, alles egal. Deswegen habe ich es ganz gechillt gemacht. Ich habe ein Ticket bekommen von Gelber Deadpool für dieses Event. Durch das Ticket habe ich im Event-Tab zwei Forschungen drin. Befristete Premium-Forschung mit Gala Makabaya, wo ich 15 Gala Makabaya abholen kann und normale Makabaya auch 15 Stück abholen kann. Dafür musste man 15 Feldforschungen machen. Das heißt, da stand, schließe eine Feldforschung ab, schließe zwei Feldforschungen ab, bis unten halt schließe 15 Feldforschungen ab. Ich habe jetzt ganz fix 15 Feldforschungen gemacht. Nicht mehr, nicht weniger, weil es geht um nichts. Hunderter egal, Shiny egal. Ich möchte einfach nur diese Forschung vom Gelber Deadpool abholen, mir die Ausbeute angucken, ob darin ein Shiny ist, ob darin ein Hunderter ist. Wenn ich jetzt so reingucke, mal auf zuletzt gefangen und wir geben Gala, achso, ne, warte mal, das heißt ja Makabaya ein. Und gehen mal kurz die durch, die wir hier haben. Da haben wir hier ein 3-sterniges, 2, 3-sterniges, ein 96er, Gala mit 417, 3, 3, 2, scheinen ja gefühlt auch immer abwechselnd zu sein. Ein 8-90er mit 417, hä, 417 ist ein 96er oder ein 8-90er, da seht ihr mal, wie der Lauf der Dinge ist. Haben wir noch was, haben wir noch was? Nein, sonst nichts. Ansonsten seht ihr, dass es recht gut verteilt ist, obwohl man sieht, die normalen Makabaya habe ich gerade mehr bekommen als die Gala Makabaya. Also Hunderter sind nicht dabei gewesen, während der normalen Feldforschung. Und Shinies sind auch nicht dabei gewesen. Ich habe hier jetzt aber noch 3 Stück drin. Wir merken uns mal den Wert 399, schmeißen hier drauf, gehen zurück. So, 406, naja, wo fliegt denn der Ball hin, gehen zurück und den letzten auch noch 398. So, hat es die 3 jetzt gefangen, das passt. 406 ist der beste, aber das muss deutlich mehr sein. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Das ist Gala Makabaya. Wenn ich die abholen möchte, verschiebe ich auch mal meinen Bildschirm in die Richtung. Da seht ihr nämlich sogar, Gala Makabaya. Ja, und jetzt können wir die abholen. Wir brauchen also über 406. Hier ist 405 drin. Hier ist 400 drin. Wie gesagt, kann auch sein, dass da jetzt hier noch ein Shiny dabei ist. Das wäre natürlich super. Das werden wir aber dann trotzdem nicht entwickeln. Das hebe ich nochmal auf, falls einer mal eins im Tausch braucht. 410. Bei dem 410er gucken wir kurz nochmal nach. Okay. Ich glaube, wir waren ja schon bei 417. Haben die beide denn die gleichen WP? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall über 410 muss es haben. Wenn wir nach dem 100er gehen wollen. Das ist 402. Dann haben wir hier 417. Gucken wir mal nach. 417 war das 98er. Genau. Also ich glaube, die haben beide den gleichen Wert. Also müsst ihr ja 418 mindestens haben. Oder 419 oder was weiß ich. 419. Dann werfen wir den Ball jetzt mal normal drauf. Ah, was macht das für eine Rolle vorwärts. Dann muss das das 100er sein. Das muss das 100er sein. Wenn das 417er das 98er ist mit 14 Angriff, muss das hier ein 100%iger sein. Nein! Es ist auch ein 98er, aber mit 15 Angriff. Also es muss dann 420, 421 sein. Das hat uns auf jeden Fall schön veräppelt. Mann! 400. Shiny. Shiny mit 418. Na, da haben wir doch wenigstens jetzt hier ein kleines Schmangerl drin. Ein Shiny. Danke, gelber Deadpool, für diese 419, für diese Forschung. Ist das jetzt genau dasselbe wie hier? 2 98er? Ja. Und das Shiny drumherum. Ihr seht, wie viel Spaß man hat, wenn man sich dieses dumme Ticket kauft. Und dann einfach nur das abholt im Queststable, was perfekt jetzt hier für das Ausbeutevideo geeignet ist. Mit schönen Mikrofonaufnahmesprache. Nochmal ein Shiny, das zweite Shiny hier aus der Forschung heraus. Ah, wir haben noch so viel übrig. 399. Ja, das ist nix. So, wir brauchen... So, ich sag 419, also 420. Aber das war ja auch ein Zweierschritt, das andere. Also 421, denke ich mal, müsste dann das Hunderter sein. Das dritte Shiny aus dem Ticket. Danke, gelber Deadpool. 397. Das ist auch wieder nix. Raus, fliehen. So, 2 Stück haben wir noch. 2 Stück Shiny. 401. 4 Shinies von Gala Makabaya. Und... Ah, 377. So, ist der Wert wirklich der gleiche? Jetzt wechseln wir mal das Handy und schieben es hier rüber. Achso, ich muss hier, hier muss ich doch hin. Denn jetzt geht es um Makabaya, nicht um Gala Makabaya. Und haben nochmal 15 zum Abholen. Jetzt muss ich aber wieder schauen. 391. Hm. Falls die wirklich die gleichen Werte haben. Ja, das ist sehr, sehr schlecht. Also wir gehen mal schon in den 410er-Bereich. Shiny. 398. Shiny. Das ging auch fix. Ist das fünfte Shiny insgesamt gerade, oder? 397. Können wir auch einfach wieder draufhauen. Noch ein Shiny. 396. Müsste das sechste Shiny insgesamt sein. 4 zu 2 Grad. 395. Zum Glück habe ich Hyperbälle. Kann man einfach werfen wie so ein Hund. Und dann fliegt das rum. 399. Ah. Ah. 399. Dann haben wir jetzt Shiny schon wieder mit 394. Also 4 zu 3 Shiny momentan. 411. Hier, das können wir mal bewerten kurz. 411. Ja, fehlt. Also da muss mindestens 417 her. Wahrscheinlich 419. Das ist wahrscheinlich auch 421 oder 420. So. 402. Ist auch nix. Komm. So ein Shiny muss noch drin sein. Dann wäre es genau 4,4. Das wäre cool. 407. Ich meine, eigentlich ist ein 100er auch nicht gut. Weil irgendwann schmeiße ich es eh weg. Weil ich es gar nicht aufheben möchte. Shinies. Ja, da kann man von jedem mal eins aufheben. Wenn einer mal eins im Glückstausch braucht. Unbedingt. So wie der Dragonite. Da braucht er eigentlich immer alles als Shiny. Weil er selber nix hat. Braucht er immer alle anderen Shinies von allen anderen. Und die will er immer alle Lucky haben. Damit die richtig scheiße aussehen. Das muss jeder selber wissen. Für mich ist das nix. Galar. 1. 398. Es gibt außerdem noch mehr Leute in meiner Liste. Die natürlich auch auf Lucky, Shinies geiern. Aber irgendwie macht es mir Spaß. Immer auf dem Dragonite rumzuhacken. Grüße gehen raus. Den kenne ich wenigstens persönlich. Da kann man sich das ja mal rausnehmen. Und immer so persönlich so Grüße senden. Und immer so ein bisschen necken. Nehmen wir das nicht so übel. Das ist winzig. 397. Dann ging es sich leider nicht aus. Mit dem vierten Shiny. Auf der Seite. Sonst wären es wirklich 4-4 gewesen. So sind es 4-3. Also ich hatte bei Gala Macabaya mehr Glück. Maca Macaroni. So sieht das dann aus. Also drei normale Shinies. 1, 2, 3, 4 Galar Shinies und das beste 98er. Wenn ich jetzt mal hier nach WP sortiere, seht ihr auch. Bei dem ist auch 417, 417. Ja, dann sind das die besten 96er, 98er, aber mit, äh, 98er mit 14 Angriff. Und dann haben wir 419er. 1, 2 mit jeweils 15 Angriff. Dann passt das schon. Also kein 100er dabei. Aber 4, 5, 6, 7 Shinies insgesamt aus dem Ticket heraus von Gelber Deadpool. Wie war euer Macabaya Forschungstag? Habt ihr gespielt? Wer rennt 3 Stunden rum und macht 3 Stunden lang Gala Macabaya? Aber das ist ja eher so vielleicht, dass man sich eine Stunde aussucht und sagt, man macht von 14 bis 15 Uhr. Der andere sagt, er hat erst ab 15 Uhr Zeit. Macht 15 bis 16 Uhr. Der nächste macht von 16 bis 17 Uhr. Es gibt aber natürlich auch die Leute, die von 14 bis 17 Uhr spielen. Wie lange habt ihr gespielt? Wie viele Shinies habt ihr? Wie ist eure Ausbeute? Schreibt's rein. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, vorhaut. Euer Ramses und Söre. Ciao.